Starkschaft 2, Legacy of the Void, Folge 16, willkommen zurück, wir sprechen mit Alarak. Malash hat sich aber als gefährlicher Anführer bewiesen. Oh ja, deswegen wird mein Sieg über ihn auch umso köstlicher sein. Ist er denn aus vielen dieser Riten siegreich hervorgegangen? Aus Zahllosen. Er ist die Leiter mit brutaler Entschlossenheit hinaufgestiegen und hat jegliche Opposition niedergemäht. Es ist als Sange vom dunklen Gott gesegnet. Man nennt ihn die Klänge Amons. Und dennoch wurde er herausgefordert? So ist unser Brauch. Er hat jeden Sieg mit genüsslicher Grausamkeit ausgekostet. Malash amüsiert es, seine Widersache an den Rand des Todes zu führen. Und sie noch darüber hinaus zu peinigen. Daraus lässt sich schwer Trost schöpfen, Alarak. Trost ist eine Lüge, die Kinder schützen soll, bis sie den Prüfungen und Schmerzen der Realität gewachsen sind. Lasst mich allein. Ich habe Vorbereitungen zu treffen. Ich werde jetzt aber nicht die Brücke verlassen dafür. Nö, nö, du kannst dir eine eigene Enke suchen hier. Gut, okay, kriegst Rat. Mal sehen, was es hier gibt. Ah, woraus du? Die Kette des Aufstiegs ist ungeheuerlich. Das gleiche dachten die Kalai einst über den Pfad der Schatten. Das könnt ihr nicht vergleichen. Unsere Gesellschaft beruht nicht auf... Ihre Kultur gründet auf einer festen Hierarchie. Diener und Meister. Ihre Mitglieder haben sich arm und verschrieben und müssen sich ihm immer wieder aufs Neue als würdig erweisen. Doch sie wurden belogen, Matriarchin. Wie wollt ihr sie ändern, wenn das alles ist, was sie jemals gekannt haben? Auch unsere Völker kannten einst nur Hass und Misstrauen einander gegenüber. Ja? Wir betrachteten eure Sitten als barbarisch. Und ihr hieltet die Unsrigen für grausam. Mit den Talarimen verhält es sich ebenso. Wenn es uns gelingt, Amon zu vernichten und sein Verrat offenbar wird, dann wird ihre gesamte Gesellschaft sich fragen müssen, wer sie wirklich sind und wer sie sein wollen. Die Angriffsschiffe sind jetzt bereit zur Inspektion. Jetzt haben wir hier den Phasen... Jetzt haben wir hier den Phasengleiter. Der Nerazim. Okay, und der hier? Peradak Choral. Gut, äh... Entweder mehr oder weiter. Ähm... Nehmen wir mal hier die... Die Zerstörung steht mir vor. Anhand von Alarax Spezifikationen haben wir neue Talarimen Roboter konstruiert. Lasst uns hoffen, dass seine Angaben vollständig waren. Krampverstärker... Erhöht den Elitenanschanen gegendrische Einheiten, erhöht Angriffsschiffeilte verbündete Einheiten, kann Krafthalter platzieren, die die Bewegung von Bodeneinheiten blockiert, kann nicht angreifen. Ne, komm, wir bleiben bei dem Protektor. Mobile Schildlofladerinheit ist super. Gibt es noch was? Ist ja auch cool. Na gut. Solarium. Äh, Solarkern. Arthanes, ich freue mich, euch zu sehen. Carax, der Schlüsselstein, er... ...reagiert. Höchstwahrscheinlich auf leeren Energie auf der Planetenoberfläche. Ich habe das gleiche Phänomen bereits auf Ulna beobachtet. Das Terazin muss direkt mit der Leere verbunden sein. Die Tal-Darim nennen es den Hauch der Schöpfung. Sie glauben, durch den Konsum von Terazin direkt mit Amon sprechen zu können. Diese Annahme scheint mir etwas weit hergeholt, doch ich kann nicht abstreiten, dass sie durchaus plausibel ist. Die Beschaffenheit dieser Substanz lässt darauf schließen, dass sie nicht aus unserem Universum stammt. Vielleicht ist sie ihnen deshalb so heilig. Sie suchen nach Planeten mit reichhaltigen Terazin-Vorkommen und verwandeln sie in Tempel für ihren Gott. Möglicherweise war es eine gute Entscheidung, hierher zu kommen. Wenn der Schlüsselstein ähnlich auf Terazin reagiert wie auf leeren Energie, dann kann ich damit eventuell die Kapazitätsgrenze des Artefakts testen. Vielleicht ist noch nicht alles verloren. Wir müssen Vertrauen haben, dass das Blatt sich wendet. Mir wären konkrete Ergebnisse lieber, Hierarch. Amons Macht übersteigt selbst die der Königin der Klingen. Wir können uns keine Unsicherheiten leisten. Genau, aber wenigstens ist die Königin der Klingen nicht mehr aufgetaucht. Darauf hat ja nur gewartet, ihr habt aber gut. So lag ja in der Konsole, mal gucken, was hier los ist. Lassen wir alles so. Hier setzen wir aber nochmal die Punkte so ein. Und dann ist es okay. Das sind jetzt hier. Gewalt alle verbildeten Einheiten. Gewalt sofort ein Schild, der bis zu 200 Schaden absorbiert hält. 20 Sekunden lang. Okay. Wir könnten aber unter Umständen... Jetzt haben wir hier 4x5. Das sind... ...20. Nee. Warte mal. Wir kriegen einen Punkt... 12x5 natürlich. Haha. Na klar. 12x5 ist 60. Da kommen wir noch nicht ran. Okay. Da müssen wir nochmal 40 sammeln. Okay. Denn... ...wenn wir uns mal hier beimachten... ...die nächste... ...mission zu starten. Die Dunkelheit schreit nach Malasch's Blut. Die Zeit meines Aufstiegs ist gekommen. Lass das Rakschir beginnen! Wer weiß, was da jetzt aufgetaucht. Äh... ...ahja. Was haben wir hier für eine Folge? Äh... Ja, abschließen. ...unterschließen Sie alle Rakschir mit mindestens 25 Einheiten gleichzeitig. Ist kein Problem. Zerstören Sie in Rakschir auf dem Schwierigkeitsgrad nochmal 3 Nexus, der Tal der Riemen. 3 Nexus zerstören, 25 Einheiten gleichzeitig. Alles klar. Los jetzt. Wir wollen ja auch die Erfolge noch ein bisschen sammeln. Auch wenn wir das manchmal ein bisschen verpatzen. Aber man kann ja hier jede Mission nochmal neu spielen. Um dann halt den Sammelfieber dann entgegenzuwirken. Um Bonus-Tino abzuschließen, müssen Sie Ihre Streitmacht eventuell aufteilen. Okay. Wollen wir mal gucken, was denn so von zukommt. Und los. Das Rakschir-Ritual hat begonnen. Von diesem Moment an darf nur Alarak Malash direkt angreifen und umgekehrt. Einer der beiden muss die Oberhand gewinnen und den anderen bis zur Opfergrube zurücktrennen. Dort wird der Sieger als neuer Anführer der Tal der Rien gefeiert. Und das Leben des Verlierers ist verwirkt. Sie scheinen einander ebenbürtig zu sein. In der Tat. Ich habe aber in Erfahrung gebracht, dass die Duellanten von ihren Getreuen psionisch unterstützt werden können. Unsere Truppen werden Alarak zur Seite stehen können. Doch ebenso können die Tal der Rien Malash unterstützen. Ich werde unsere Streitkräfte vorbereiten. Malash ist zu allem bereit, um an der Macht zu bleiben. Wir müssen es ebenfalls sein. Die Tal der Rien werden in Kürze Truppen schicken, um Malash zu unterstützen. Wir sollten dafür sorgen, dass Alarak hinreichend Verstärkung hat. Ja, das war natürlich nicht schlecht. Die Tal der Rien verstärken Malash psionisch. Alarak wird die Hilfe unserer Krieger ebenfalls benötigen. So, okay. Ansonsten, erstmal hier. Und, ach können wir noch nicht. Ja, ja, den werden wir dann mal hier. Wenn wir hier unterstützen. Ansonsten, alles klar. Nur hier ist man an. Klar, eure psionische Macht erfüllt nicht. Vorwärts, Sklaven! Töntet alle, die Malash unterstützen. Ihr solltet nicht vergessen, dass ich diese Krieger befehlige, Alarak. Nicht ihr! So, wir müssen also unsere Einheiten hoch aufteilen. So, hier machen wir nochmal voll. Du baust mal los. Und zwar, äh, brauchen wir die Schmiede. Ah ne, als erstes brauchen wir ja hier sowas. So, und davon. Können wir hier noch innen hinklatschen. Nur für den Fall. Genau, jetzt können wir die Schmiede machen, weil der ist hochgleichsbereit hier. Genau. Danach kannst du weiterarbeiten. So, jetzt werden sie da unten natürlich. Ja, das ist doch die Idee. 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 So, dann können wir ja auch. Es wäre weise, hier einen zweiten Nexus zu errichten. Ja, bin ich hoch dafür. Ja, wenn du Pech hast, dann lebst du nicht mehr lange. Oh, alles klar. Gut, äh, hier Schmiede. Erstmal Schilde verbessern. Denn brauchen wir... Dich mal. Du wartest mal hier. Und hier bomben wir alles so mit. Ach, so geht der gar nicht. Haha. Warte mit. Hierarch, ich verstehe nicht, wie das möglich ist, aber meine Sensoren registrieren bei Vertretern der einheimischen Fauna eine Ruhekonzentration von Solarit. Wir sollten dem nachgehen. Ich denke jedoch, dass wir Alarak besser nichts von unserem kleinen Exkurs erzählen. Wie immer, Tierarch. Niemand dürft uns erreichen. Aber wir können hier schon mal anfangen gleich. Ansonsten probieren wir natürlich nochmal ein paar von denen hier. Das wird eine Weile brauchen, bis er das hier fertig ist. Aber wir können hier schon mal... So... 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 ... was wir hier von denen schon mal errichten. So... So... Wir müssen jetzt nicht. Weil wir müssen ja noch ein bisschen was machen hier. Okay, ich könnte meine Ziffer nicht. So seid ihr ja gut drin. So... 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 Also setzen wir mal hier. Ich muss mal sowas ein... Das ist meine Bauernheit. Okay, dann haben wir hier. Du, Nexus. Und du... Machst mal eben... Schildaufladung. Und dann kannst du weiter basteln. Oh, nee, warte mal. Wo du das machst, kannst du mal eben hier... Äh, davon noch welche bauen. Zwei, drei. Dann haben wir erstmal eine Pen... Äh, Stärke noch ein bisschen erhöhen können. Also, ja, die Produktion können wir dann erhöhen. So, ansonsten... Ja, ja, du, mach mal ruhig. Hierarch, ich spüre Hybriden. Sie kommen Malasch zu Hilfe. Amons Vortoten schließen sich unseren Kampf an. Kämpft habt vor meine Krieger, dann sollt auch ihr zu Hybriden werden. Ohohoho, ihr lügt mit solcher Überzeugung, dass es schon fast bewundernswert ist. Ich werde nicht länger auf meine Wache warten. Schickt mir eure Truppen. Ja, ja, die kommen ja schon. So, da wir ja noch ein bisschen was zur Verfügung haben. Mal hier nochmal schnell... Ein paar von denen einsetzen. Ich folge dem Pfad, in die Schatten weisen. Okay, jetzt können wir mal kurz aufladen lassen. Alle wieder voll? Wir gehen wieder da hin. Ähm... Wir brauchen aber noch mehr Psyonische Krieger. Äh... Mehr Berserker. Ich folge dem Pfad, in die Schatten weisen. Dann werden wir mal kurz mal hier... diese Dinger hier machen. So... Lasst sie geradewegs in unsere Klemmen laufen. Ohohoho, du kannst ja mal da bauen und nach oben kommen. Ich will nochmal... Lasst sie geradewegs in unsere Klemmen laufen. Solch einen... Ich werde nicht länger auf meine Wache warten. Schickt mir eure Truppen. Naja, gleich. Ach, das ist eine Luftreinheit, natürlich. Phasis wird angegriffen. Ohohoh. 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 Ja, doch. Mach ja schon. Ja. Ja, perfekt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 8. Ja. So. Ich brauche jetzt nochmal ein paar Einheiten hier. Alles klar. 27 sind es ja schon. Dann könnte ich dagegen mal aschen. Wenn jetzt die da kommen, dann haben wir unsere 25 erreicht. Wir haben noch mehr. Wir haben unseren zweiten Erfolg. So. Und jetzt müssen wir mal hier lang. Wir brauchen meine Ruhe. Okay. Du, ähm, musst mal eben hier in den Schützturm weiter aufbauen. So. Hier ist der Schütz-Wittinger hier nicht gelungen. Ich nehme mehr übreden wahr, die sich nähern. Haltet euch bereit. Sechs, sieben, acht und einhundert. Ganze weiter. Hier oben ist nicht voll. Sendet mir eure Streitkräfte, Artanis. Ich benötige ihre Macht. Okay. Und... Wir haben... Ach so, deswegen also. Aber hier ist alles Platz. Ich brauche euren Beistand, Artanis. Oder ist es euer Wunsch, dass AYUR fällt? Ja. Jetzt wo du es sagst. Aber ich habe keinen Bock mehr auf AYUR. Ich kümmere mich auch gleich. Ach, scheiße. Äh... Hier, setz. Und dann... Ich... Jetzt könnte er fressen. So, jetzt unterstützen wir mal unsere Kumpeln hier. Jetzt holen wir hier nochmal hin ein. Er wird mal geplättet. Genau. Lassen wir ihn erstmal zurückdrängen hier. So, okay. Folgendes noch. Jetzt sind wir bei 600. Ich brauche schon nochmal hier weiter. Und... Was sind diese Zeitstreifen? Die Taldarim werden uns vom oberen Pfaden aus angreifen. Wappnet euch! Metzelt die erstgeborenen Nieder-Taldarim. Dann ist euch der Aufstieg sicher. Ja. Alles klar. So. Bauen wir hier nochmal was auf. Ja, das bleibt mir bewusst. Jetzt noch ein... Genau, jetzt noch ein Bereich. So. Ansonsten... Müssen wir hier jetzt nochmal was aufbauen? Zack. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ja. Naja. Dann kümmern wir uns nach vorne. So. Was ist euer Befehl? Euer Wille ist mir Befehl. Wollen wir mal hier nochmal schnell durchgreifen? Äh, durchgreifen. Oh, wunderbar. Blut. Raschelzupr. Hier werden wir nochmal schnell durchgreifen. Wir können ja auch die Solarlanze nehmen. Eine Fluchtkraft und Schaffe. Das Ding liegt ja auch nur noch gerade so. Verstanden. Nicht mehr lang. Nicht mehr lang. Langs später werden aufgelistet. Gerard. Ein Herrscher-Hybrid ist erschienen. Und bewegt sich auf Malashs Position zu. Schöne Zutaten. Jetzt habe ich alle Exemplare. Meine initialen Scans lassen darauf schließen, dass das Solarit ein Nebenprodukt ihres außergewöhnlichen Verdauungssystems ist. Meint ihr das sie? Egal. Ich möchte es nicht wissen. Schickt eure Krieger aus. Dies ist kein Moment für Zurückhaltung. Ja. Machen wir jetzt mal das Bad hier? Ja. Machen wir jetzt mal das Bad hier? Hier kommt mal der Nächsten. Boah, alles Platz hier. So, ja, Mensch. Ja. So, was können wir jetzt noch so schnell mal hier aufbauen, soeben? Äh, wir brauchen als erstes natürlich erstmal hier so was. Denn möchten wir noch so was hier. So was, ja. Können wir noch mal was forschen? Die können wir nicht, weil es nicht da. Na denn machen wir mal. Hey. Hey. Wir müssen noch mal was. Wir müssen noch mal was. Spam. Okay. Ey. Töte sein Teil darin. Schnell. Ah, verstehe. Detach man mit Energie versorgt. Gern. Wann noch einen? Dann sollte er hier mal schnell was aufbauen. So, okay. Also, du baust mal eben... Wie lange wollt ihr noch zaudern, Amtaris? Kommt mir zur Hilfe! Ja, gleich. Hör der Ruhe, ich bin gleich da. So. Der hier kann weiter abbauen. Die schnutz nur mal, um... ...marsuch zu bauen. Können wir noch so, was die braucht. Bauen wir uns hier noch mal die ganzen... ...und voll mit. Haben sie hier auch erstmal ein bisschen was zu tun. Mit dem Frostbanger. Lassen Sie klar den Exxon unter der Krämen laufen. Oh ja, oh ja. Oh Gott, das ist das hier. Oh Gott, das ist das hier. Die können wir ja leider nicht übernehmen, das wäre auch zu schön. Okay, dann gehen wir vielleicht. Oh no! Das läuft auf der richtigen Seite. Wir haben aber eigentlich gleich aus, oder? Na gut, machen wir mal hier eine Schicht im Schacht. Und zwar holen wir uns nochmal ein paar Truppen ran. Ach, reicht doch nicht. Ein paar von denen hier. Der macht ja alles kalt. Ohoho, die werden nicht so richtig vermüllt. Der Sieg gehört bereits unserem Meister Alarak. Ihr werdet unser Volk in Verderben führen. Oh, wir haben uns nur noch keinen Arsch verloren. Ich werde sie führen. Oh ne, meine Sonden werden auch nicht drücken. Das sind wir aber nicht hier fallen. Das ist ein Konzentrationsfeuer hier. Das ist ein Konzentrationsfeuer. Das ist ein Konzentrationsfeuer. Das ist ein Konzentrationsfeuer. Das ist ein Konzentrationsfeuer zu sehen. Amon verriegt uns und dafür wird er sterben. Oh la Urkbeer! Na gut. Was hätten wir hier schon... Ja, ja gut. Was hätten wir jetzt... Natürlich, die Hauptgebäude hätten wir vernichten müssen. Wir haben nur einen zerstört. Na gut. Drücken wir mal fortfahren, mal sehen, was jetzt passiert. Bei uns doch mal verrät oder nicht. Was ich ja eigentlich so immer erwarte vor bösen Buben, die den Macht geil sind. Die Teilerin haben sich meiner Macht unterworfen und die Todesflotte untersteht meinem Kommando. Ich werde beide einsetzen, um Amons Verrat zu rächen. Denkt euer Volk in diesem Punkt ebenso wie ihr? Was sie denken, spielt keine Rolle. Was zählt ist, dass sie gehorchen. Euer Führungsstil ist anders als der meinige, Alarak. Dennoch könnten wir nicht nur unsere Völker versöhnen, sondern eine mächtige Allianz schmieden. Wirklich? Mein Volk unterscheidet sich sehr von dem euren, Hirarch. Wir beide wünschen Vergeltung. Und wir beide sind Protoss. Ist das nicht genug? Nun gut. Beugt euch meinem Willen und wir können unsere Kräfte vereinigen. Treibt es nicht zu weit, Taldarin. Amon ist ein mächtiger Feind. Euer Volk wird allein nicht gegen ihn bestehen. Ihr werdet euch mir anschließen. Und zusammen schicken wir ihn zurück in den Abgrund. Also versteht ihr doch meine Kultur. Es sieht so aus, als hätten wir vorläufig eine neue Abmachung. Der wird noch irgendwann durch uns sterben. Es ist mir gelungen, ein neues Nebensystem des Schiffs zu aktivieren. Ihr könnt jetzt dem Solarkern einen Blick darauf werfen. Später, denn das machen wir in der nächsten Folge. Also, lasst euch, JT, bis nächstes Mal und haut rein. Tschüß!